An die Vyga? An einen Gottesdienst? Aber schon sicher! Der Gottesdienst der Evangelischen Allianz Werdenberg ist einer der grössten Anlässen der Vyga. Mehr Dreck leben von Grund auf. Das ist das Thema dieses Jahr. Wie mehr Dreck unserer Lebenswurzeln Halt geben kann und uns vielleicht auch etwas näher zum Himmel wachsen lässt. Um das geht es in einer packenden Predigt und auch in einem spannenden Interview. Gute Musik einer Band und natürlich auch die treffenden Puente vom Theater Sapolot gehören auch dieses Jahr dazu. Also wir würden uns freuen, wenn auch ihr dabei wären. 10. September, halb in 10 Uhr im Vyga Hauptzelt. Und übrigens, so günstig kommen wir nie mehr an die Vyga. Für Gottesdienstbesucher und Besucherinnen ist der Eintritt in Vyga gratis. Also, wir sehen uns. Wo man viele Freunde trifft, Vyga, Vyga.